hallo ist der martin von manneman kies dass die dax analyse für nun mittwoch den 22 12 2021 und zum dienstag hat sich gezeigt dass unser dax hier eher mehr ein bisschen show gemacht hat um die aufmerksamkeit anderer zu erregnen oder mal ein bisschen eine dose mitleid zu erhalten und so weit also hat auch zum dienstag ganz gut aufkommende schwäche wieder ausgekontakt von anstiegsdynamik anstiegswinkel seht ihr fast ist das fast genauso wie am montag schon wir sind gestartet in den bereich um 4 20 4 70 da hat man gesagt das ist eine gute zone um noch mal ein bisschen zurückzukommen zurückzukommen vielleicht in den bereich um 302 nicht was haben wir gesagt na doch 320 280 haben wir gesagt na genau das hat er getan ist da rein zurückgesetzt hat sich aber eben weiter nicht durchreichen lassen nach unten und auch nicht die trendlinie erreicht ist auch nicht unter die trendlinie gefallen hier hat sich direkt auf dem auf der gestrigen support auf den gestrigen hoch stabilisiert na also sowohl auf dem hoch als auch auf dem hoch stabilisiert nach oben aufgedreht und dann wieder hoch jetzt sind wir bei 5 10 das ist so etwa die 200 tage linie das kommt so fast ja 550 gleich immer gestern angesprochen hatten und das sieht für mich dann doch schon eher danach aus wie erst ist das jetzt hier fertig jetzt gibt er jetzt einfach noch die letzten weihnachts die letzten tage in den weihnachtshandel zur seite einfach rein wird er jetzt gar nicht so viel jetzt ehrlich gesagt zum mittwoch erwarten ich weiß das haben wir letzte woche freitag auch gesagt dann hat es richtig gescheppert aber also ich kann mir nicht vorstellen dass die jetzt so noch so viel motivation entfachen denen hier oben raus zu zwirbeln und die richtige dynamik reinzubringen ich könnte mir vorstellen dass das jetzt zunehmend stärkere zeitwertstendenz einnimmt ich meine wir haben oben volatilität gesehen die konnte sich dann nicht bewähren dass nach unten wieder weg verkauft wird dann haben wir unten ausreißen gesehen das hat auch nicht gelungen ist jetzt wieder zurückgetragen worden jetzt stehen wir fast fast noch nicht ganz stehen aber fast mittig wieder in dieser ganzen schiebezone der letzten tage und von daher würde ich fast erwarten dass wir hier vielleicht zum mittwoch jetzt noch so ein kleines stößchen machen rein in die 550 555 und dann da einfach zeitwärts rumpendeln irgendwie zwischen keine ahnung 460 vielleicht sogar 410 aber es wäre wahrscheinlich schon zu tief irgendwie zwischen 460 und 55 das würde mich nicht wundern zum mittwoch ich würde mich nicht wundern wenn er hier einfach dazwischen rumeiert ansonsten wäre natürlich wenn er wenn er sich wenn er zeigt dass er gut drauf ist wir müssen ja darüber reden er erinnert euch an letzte woche freitag haben wir auch gesagt erwarten nicht wenig nicht viel bewegung man sollte sich aber darauf trotzdem darauf vorbereiten was passiert denn wenn ja was passiert wenn doch mehr bewegung ist als das was erwartet wird dann wäre über 565 hier die 620 dran eher vielleicht sogar 630 630 also oberhalb von 565 dann 630 und hier oben die wir sagen mal 700 es ist etwa die 690 aber die 700 ist die wichtige marke das wären die beiden bereiche die dann noch erreichbar wären wenn unser dax gut durch zieht von dort dann gegebenenfalls noch mal kleine gegenbewegung bevor dann diese trendlinie nach oben hingebrochen wird ein deutlicheres potenzial um freisetzt sollte er sich durchschnittlich schwach zeigen würde ich erst unterhalb von 380 überhaupt auf ihn anspringen alles was so bis ich sage ich würde ihm schon den puffer geben bis 410 380 das wird mich jetzt nicht aus dem hocker reißen wenn er wenn er wenn er da ein bisschen rein startet und hier noch mal luft holt und dann wieder so hoch zieht das würde mich nicht wundern aber alles was so tiefer geht als 380 auch unter das mittlere band hier das hätte schon wieder ein bisschen zu viel touch dann eben auch um um richtung ja noch mal 270 235 sogar dann abzukippen und deswegen würde ich so eigentlich an den mittwochrand gehen würde mir wahrscheinlich selber ein alarm hinlegen über die 565 unter die 380 und mir die bereiche dann eben noch mal ganz genau angucken oder aber das vielleicht nicht sogar einfach nur scheitert und wieder zurück geht und dazwischen einfach erst mal seitwärts einplan ein bisschen seitwärts schwingung wir können uns im tag ist das angucken da sie ist ein bisschen positiver aus wie das was jetzt im zwei stunden chart hier ist immer ganz klar wieder auf diese abwärts trendlinie aufgesetzt pullback gemacht wieder hoch an die 200 tage linie sind es genau um den tagesschluss einer 200 tage linie das ist jetzt erstmal noch nicht toll aber die tageskerzen sehen halt schon recht kräftig aus das muss man schon sagen also die machen eindruck das kann man nicht anders sagen die machen eindruck und über der 200 tage linie wieder vor dann macht das ein doppelbutton hier komplett den man gestern angesprochen haben ja und dann wäre bewegungsziel auf der ebene hier wieder so bereich um 88 bis 15 9 25 dieses gap hier zu machen ja ja ich stimme hier selber zu aber ja es ist richtig also oberhalb von 200 tage linie bekommt er halt wirklich aus auf der tagesebene auf dem tagesschart wirklich chancen richtung 925 gap plus weil die tiefs die sind ja ein bisschen versetzt also das bisschen tiefer wie das das heißt über dem hoch wäre hier noch mal so ein kleiner schnipser drin selbst im sinne einer negativeren korrekturbewegung einfach so als apc wäre dann auch hier die 925 einfach das target und deswegen würde ich oberhalb von der 200 tage linie schon ein bisschen aufpassen aber wird es mir ein bisschen wissen würde hier einfach noch ein bisschen gucken dass die 565 da eben auch weg geht nicht dass sie uns an 55 einmal wieder runter dreht jetzt ist eine marke die ja gerne gespielt wurde die letzten tage und wird naja gucken und einer drauf ja mehr brauche ich hier nicht sagen naja ich erwarte wirklich dass da jetzt ein bisschen ruhe reinkehrt hat sich jetzt oben und unten die haben abgestoßen jetzt kann er eigentlich seitwärts reingehen in die in die letzten handelstage vor weihnachten da muss jetzt da wird jetzt keiner mehr bock haben sich irgendwie das depot zu versauen das heißt da werden die einsätze jetzt bestimmt zurückgehen und dementsprechend auch die volatilität dann bestimmt nachlassen ja das ist meine erwartungshaltung meine erwartungshaltung ist seitwärts mit den zwei abbruchbedingungen wenn wir da über 55 wirklich rausarbeiten dass dann 630 möglich ist dass 796 möglich ist und mit dem hintergrundwissen aus tagt es sich dass eben das dann durchaus bis 925 über die nächsten wochen ziehen könnte das muss dann nicht morgen passieren das muss auch nicht übermorgen passieren aber wenn sich jetzt wieder über oberhalb der 200 tage linie etabliert wird eine tendenz richtung 925 sich kriegen da würde ganz schön rum kommen ja gut so dazu reicht doch wünsche euch was gutes gelingen viel erfolg morgen und wir hören uns tschüss